Wenn wir am Rand des Lebens stehen und alles, was die Erde hält, rund um uns her zusammenfällt. Wenn Kronen mit dem Bettelstab vergehen, wenn Herren von Weiten, Weiten reichen, wie gestern noch mit ihrer Riesenhand den Orient und Okzident umspannt, heut ihren letzten Sklaven gleichen. Gute Tat, im Sinn des Testaments getan, ein besserer Pass zur unbekannten Bahn als aller Pfarrer Attis Tat.